Was geht's, Freunde? 30. Spieltag, VfL Bochum, Dortmund, Revierderby, Flutlichtspiel, geiler kann es nicht sein. Ich stehe hier gerade vor Falafels da. Wir essen eine Kleinigkeit. Ich nehme euch mit, zeige euch das Essen. Bleib dran und dann geht es auch schon weiter Richtung Stadion. Viel Spaß beim Video. So, der Kollege Steven, probiert hier. Sag aber deine ehrliche Meinung. Komm, probier. Echt? Sei ehrlich, geil? Das ist schon mal Falafel. Der hat noch Schaur mal bestellt. Das ist so arabisches Döner. Kommt auch noch gleich. Dazu sagt er euch auch gleich was. Übrigens, der Laden ist hier genau gegenüber von Tree Monkeys. Also das ist das Bermuda-Dreieck, was ihr da seht. Da ist das Bermuda-Dreieck. Da ist Tree Monkeys. Einfach hier die Straße rechts rein. Und da findet ihr diesen Laden Falafel Star. Kommt hier hin und isst mal was Leckeres. Hier gibt es das beste arabische Essen in ganz Bochum. 100%. Alles selbst gemacht, ne? Genau, auf jeden Fall. Jeden Tag frisch. Jeden Tag frisch. Alles selbst gemacht. Top, ne? Top. Top, sei ehrlich. Geil. So, Freunde. Ich stehe hier an der Ritterburg. Wollt was trinken. Habe aber gesehen, dass mein Kollege hier neue Sachen hat, die er verkauft. Der steht immer hier zu jedem Heimspiel an der Ritterburg im Biergarten. Und ich wollte euch die Sachen mal zeigen. Übrigens, ihr findet den Link von der Homepage von denen in der Videobeschreibung. Da könnt ihr die Sachen kaufen und zu jedem Heimspiel hier im Biergarten. So, einmal Traininganzug, Jacke. Einmal in der Farbe, einmal in der Farbe. Hier habt ihr eine Regenjacke. Da habt ihr Poloshirts, niegelnagelneu. Einmal mit dem Logo drauf, wie ihr sehen könnt. Und einmal mit der Schrift drauf. 1848 ist ja auch ein Logo. Alles erhältlich online und hier vor Ort zu jedem Heimspiel. Bro, pack mir einmal bitte das hier ein. Nehme ich mit. Finde ich geil. So, wie gesagt, kauft. Was das Zeug hält. Support ist kein Mord, Freunde. So, Freunde. Hier habe ich den Lasse getroffen. Er hat das Trikot gewonnen vom Badebahnrennen. Lasse, ganz kurz, bevor du das Trikot erhältst. Was tippst du heute? Bein und Koko. Stark, Junge. Wer trifft? Holtmann und Antioch. Hoffentlich. Hoffentlich gewinnen wir. Hier hast du das Trikot, Lasse. Bitte schön, das hast du gewonnen. Pack es mal aus. Halt es mal in die Kamera. Ganz in Ruhe. Oh, Lasse, Glückwunsch. Alle Unterschriften sind drauf. Sehr gut. Und, bist du glücklich? Ja. Super, Junge. Dann viel Spaß. Okay? Hau rein. So, unsere Startaufstellung für heute. Asano über rechts, Neu und Gamboa über rechts. Anstatt Osetoto. Auf geht's, VfL. Kämpfen und Siegen. Wenn wir gemeinsam verheben. Auf geht's, VfL. Auf geht's, VfL. Mein Herr schenkt du für dich. Und wenn wir dir werden, dem Mann zugestehen, auf geht mein VfL. Und da sind die Dortmunder. zahlreiche Schienen, komplett voll. Ist klar, 25 Kilometer trennen uns. Ja, und die sind auch lautstark vertreten. Muss man ehrlich sagen. Ihr müsst einfach zuverscheiden. Ja, und die sind auch laut. Ah, kommst du da aus. Oh, oh, oh. Du blumen. Du blumen. Du blumen. Du blumen. Du blumen. Komm an! Komm an, Jungs! Und komm an, wie immer nehmen wir den Anschluss mit? Auf geht's, VfL! Komm, Jungs! Komm, Jungs! Komm an, Jungs! Komm an, Jungs! Ja, 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 ja. Herzlich Willkommen bei Tour des Monats, getroffen der Luister Kapitän, mit der Luisterin, Top Prolet! Not wieder! Top 10! Not wieder! Top Capitano und Top Go! Not wieder! Der Liebe wieder! A.F.L. Leider 1-1, ich war noch eben 1-0 Fieber, sorry Leute, habe ich nicht gefilmt. Da darfst du echt niemandem erzählen. Wir haben die siebte Minute. Weiter, weiter, egal! Nein! Nein, Mann, nein! Nein, Mann, nein! Wie geht das? Wir sind nach vorne, außer was immer. Ich dachte, ich hatte eine Pizze. Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! War wieder sehr knapp. Darf man hier nicht so ausgeregt, aber war sehr, sehr knapp. Wirklich sehr knapp. Und ich fühlte auch verdoppelt. Das war knapp, das war knapp! Nein! Nein! Ja! Stopp! Manuel! Sehr stark, Junge! Komm, Bro! Komm, Bro! Bitte! 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 Einmal! Nein! Nicht ohne Scheiße! Gucken! Spielen! Kreistrieger! Gucken! Spielen! Scheiße! Stark, Junge! Stark, Junge! Keiner glaubt er nicht! Aber wir, ja! Ja! Nein! 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 Schocka! Schocka! Jaa! 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 Komm Jimmy, komm Jimmy, gerne! Hey Leute, 44. Minute, 44. Minute! 1-1, 1-1, stopp! Stopp! Spieler sind da, alles los, genau so, weiter! Komm Jimmy, bring mit deinem Einwurf eine Flasche! Danke rein! Ecke! Ja! Dritt Kraft, Dritt Kraft! Gut, Riemann, gut! Hey! Hey, Chiri! Der gibt nichts! Der gibt nichts! Und dann fragt man sich, warum ich gegen den Chiri bin! Mann, 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 Mann! Komm, dafür, dass der Schiedsrichter so unfair ist, 2-1 hoch, jetzt, sofort! Komm, Mann! Bitte! Nein! Mann, stej! Nein! Scheiße! 60. Minute! Eh, Leute! Kürzmann, komm, 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 komm! Mach! Ja, Triebien! Los, nach Triebien! Triebien! Hey! Einer wird es schon gerade niemand. Keiner wird es schon gerade niemand. Ich will lieber links. Niechs! Keine fläche, bitte. Kommt, komm, ey. Skolli, gerade reißen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Da sind die Dorfels-Fans, die machen jetzt in den letzten 2 Minuten Stimmung und die Bochumer. 6 Minuten Nachspielzeit. War kein Tor, aber abseits. Die letzte 5 Minuten. Ja, Mann! Riemann! 3 Minuten! Komm, Jimmy! Komm, Jimmy! Einmal! Komm, bitte! Ecke, Ecke, Ecke! Ja! Ja! Ja, Mann! Wir feiern die Ecke, die ein Sieg! Unglaublich! Aber wahr! Ja, ja, ja! Also, Ja, ja, ja! So lange! Das ist ein Mann, das ist ein Mann, das ist ein Mann, das ist ein Mann. Das ist ein Mann, das ist ein Mann, das ist ein Mann, das ist ein Mann. Schalalalalalalala Schalalalalalalala Guckt euch das an, diese Menschenmenge, Spiel ist aus, auf geht's, Freitag an, Bemuda, let's go. So, das war's mit dem Stadionblock, 1-1, gutes Ergebnis für uns Bochumar, wir sind nicht zufrieden, wie ein Sieg. Ich wünsche euch noch alles Gute, wir sehen uns nächste Woche in Gladbach, haut rein, ciao, ciao, bleibt gesund.